Er ist der Top-Favorit auf olympisches Gold in Sochi, Rennrodler Felix Loch. Für den Thüringer sind die Spiele am Schwarzen Meer nicht die Ersten. Bereits 2010 in Vancouver ist der viermalige Einzelweltmeister allen davongerodelt. Der amtierende Gesamt-Weltcup-Sieger ist für die Konkurrenz einfach zu schnell. Dabei hat der 24-Jährige ein ganz einfaches Erfolgsrezept. Ich versuche das einfach so zu machen wie die letzten Jahre. Ich denke, dass wir da sehr erfolgreich waren. Ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder so funktioniert. Der Erfolg gibt ihm recht. Felix Loch wirft so schnell nichts aus der Bahn, auch nicht die Olympiastrecke in Sochi. Mir gefällt die Bahn wirklich sehr gut. Ich fahre da sehr, sehr gern. Sie ist anspruchsvoll, aber hat auch so ein paar kleine Tücken und auch wieder ein paar Stellen, wo man mal kurz entspannen kann. Das taugt mir eigentlich wirklich sehr gut. Auch abseits der Strecke ist Felix Loch die Ruhe selbst. Aber er kann auch anders. Er liebt die Geschwindigkeit. Und in Sochi möchte der Rodel-Olympiasieger von 2010 wieder der schnellste sein.